Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Lost in Random. Wir haben Dicey verloren und ja, ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Aber ich glaube nicht mal, dass dieser Ort hier real ist. Ich glaube, das ist wieder einer der Träume von ihr. Ja, nachdem wie sie gefallen ist, wäre es ja zumindest kein Wunder, dass sie erstmal nicht in der Realität ist. Huch, wir können ja mal gucken. Ja, ich glaube, wir sind gerade nicht in der Realität. Na super. Okay, die Start. Äh, bitte? Das will ich aber jetzt mal... Das ist eine Lüge, das nenne ich jetzt mal Gerücht. Ja. Okay. Das ist cool. Also, von der Aufmachung her. Wen wir wohl noch treffen? Ich meine... Ne. Das waren jetzt Charaktere. Den gehen wir auch schon. Okay. Boah, das ist so cool. Äh, ich hoffe, wir treffen nicht auf die drei Köpfe, ne? Die waren gruselig. Die fand ich nicht toll. Hallo. Hallo. Äh, Odd. Was? Ähm. Ähm. Aha. Was? Aber du hast dich doch gerettet. Na gut, aus ihrer, äh, aus ihrer Perspektive hat sie uns halt fallen lassen. Und wir wären ja dann mit der Kutsche dann ja da hingekommen, zu Odd. Also, aus ihrer Perspektive sieht das vielleicht anders aus. Aber, im Endeffekt hat sie uns vor der Königin gerettet, weil wir waren ohne, ohne Dicey. Und, äh, ja, waren ja quasi dann, ne, nicht mehr wir selbst. Also, wir waren ja nicht mehr ganz. Die hätten das einfach nicht geschafft. Ne? Wir mussten ja quasi, äh, auch runterfallen, um dann die Möglichkeit zu bekommen, an Dicey zu kommen. Oh, Mann. Du weißt doch gar nicht, ob das wirklich passiert ist. Hm? Oh. Ja. Das ist erstmal wichtiger. Oh, Mann. Oh, das arme Mädchen. Wahrscheinlich haben wir wieder keine Karte. Ach, Mensch. Oh, die tut mir voll leid. Ähm. Okay, Spoiler gerade. Verloren in random. Nach einem erschütternden Traum oder einer Vision von ihrer Schwester war Eveen davon überzeugt, dass ihre Suche hoffnungslos war. Odd war für immer verloren. Dazu verdammt, nie mehr die zu sein, die sie einst gewesen war. Nach diesem Misserfolg konnte Eveen nur noch nach 1-Fällen zurückkehren, aber zuerst musste sie Dicey finden. Eine Märchenseite gibt's hier. Neun Karten und vier Nebenquests. Vierburg, okay. Also in Vierburg gibt's eine Märchenseite. Also Vorburg. Dicey? Dicey? Dicey, könntest du bitte... Tu mir mal den Gefallen. Jetzt mal ehrlich. Ähm. Ich hasse das, wenn's in zwei Richtungen geht. Ich kann auch nicht rennen. Ich glaub, hier gibt's nichts. Hier soll immer nur, äh, in eine Richtung laufen, ne? Oh. Ja, außer diesen Spinnendingern von der Königin. Okay. Ja, wir kommen definitiv immer nur an einen Punkt. Ja, da wären wir von da gekommen, ne? Was ist das denn? Ja. Was ist das für ein Echo? Hallo? Okay, das ist noch creepier. Das ist, wenn du jetzt rufst, hallo! Und dann jemand so, hallo! Ähm, warum ist hier eine 6 drauf? Was hat das zu bedeuten? Da ist auch eine 6 drauf, ne? Die hat nicht gesagt, are you in there? Der, der, der Dings, der hat gesagt, are you out there? Oh. Ich glaub nicht, dass das ein Echo war. Ich bezweifle, dass das ein richtiges Echo war. Ich lauf mal. Oh. Okay. Ähm. Die suchen nach uns, ne? Die Königin will uns unbedingt finden. Okay. Ich warte. Möööö. Ich will nicht gecatcht werden. Sorry, aber nö. Ist nicht so mein, äh, Grind. Ah! Ich hab gesagt, das ist nicht mein Grind. Au. Wo bin ich? Ich hab gedacht, da wär ne Vase. Ich noch so, oh toll, in Gedanken. Da vorne ist ja schon ne Vase. Ah, okay. Ah, deswegen brauchen wir auch Dicey nicht gerade, ne? Und dann da. Okay. Ich dachte, ich wär den schon entkommen. Okay. Cool. Also, nein, nicht cool, aber krass. Also, dass wir jetzt hier angekommen sind, ist cool, aber... Wo ist Dicey? Ich mein, es soll ja auch... ...Rebellen gegeben haben. Ob die noch da... ...sind? Ich hör Musik. Ähm. Okay. Bitte was? Ich glaub, das ist das neue Vorburg. Mhm. Ja. Vierburg. Mhm. Das frag ich mich auch. Also, es werden bestimmt die sein, die von Vierburg übrig geblieben sind, ne? Also, von dem alten. Die werden hier wohl dann, äh, sich das neu aufgebaut haben. Okay. Wirkt quasi wie so ein... Ja. Ich wollt zwar nicht Casino sagen, ich wollt eher so sagen, ähm... Ach, komm schon, äh, hier Jahrmarkt-mäßig, ne? Obwohl, das könnten ja auch Jahrmarkt-Chips sein. Wieso komm ich auf Casino? Das könnten auch Jahrmarkt-Chips sein. So Autoscooter und so, ne? Und Riesenrad, das würde ja auch passen. Hier unten. Oh. Ähm. Geht die Tür gleich hinter mir wieder zu? Und... Nein. Okay. Ähm. Okay. Diese Stadt wird ein klein wenig überfordernd. Glaube ich. Ihr. Ich steppe näher. Hallo? Behalt deine Radierung bitte für dich. Was? Okay. Ah, ja. Ja, ja, äh. Wo kennt man das nicht? Ne, äh. Ich bin... Nein, ich bin kein Betrüger. Ja, ich bring dir nur die wichtigen Regeln des Lebens, weil ich bin ein Lehrer. Ja. Erzähl mir mehr davon. Er hat keine Zähne. Er hat keine Zähne. Er... Also doch ein Casino. Dicey? Okay. Hallo. Drängeln wir uns nicht vor. Ist der nicht aus Dings, aus Dreiheit? Ja, das ist einer aus Dreiheit. Okay. Gut, wir gehen mal rein, ne? Ja. Maybe. Da ist sie. Oh nein. Ist der verwandt mit Nanny Fortuna? Ich glaube, der ist mit Nanny Fortuna verwandt. Wer ist der Typ da in dem Käfig? Da ist sie. Naja, man muss Kristalle sammeln. Oh nein. Da ist sie. Da ist sie, du lebst. Ja. Ja. Okay. Ach man, aber da ist sie, ihr geht's doch nicht gut. Okay. Naja. Man muss ja nicht gleich gemein sein. Oh Gott. Ich wollte nur... ...meinen Würfel zurück. Mein Dyson. Nein! Jetzt würfeln wir. Und ne Drei. Äh, hier. Omas Umarmung brauchen wir definitiv. Schmiede blinken. Schnellziehung mach ich auch mal. Und hier, das hier. Ne? Okay, jetzt können wir wieder bewegen. Ich geh mal hinter den Dicken, ne? Hinter den Großen hier. Mit den... Ich glaube, er trainiert Oberarme. Beine für den Club, wisst ihr Bescheid. Werden ja nicht gemacht. Er ist nur ein richtiger... Ich bin hier nur Oberarme. Ne? Ja. Zu 100%! Nein. Ah ja. Okay, voll ist glatt. Wir haben eine 2 gewürfelt. Äh, wir können natürlich den Kristallflug ganz gut gebrauchen, ne? Ich pinne mal das Gift an und den Blinzelangriff. Und nehme mal hier den Kristallflug. Pinne ich auch mal an. Ich meine, wir können's. Ne, wir können's. Ja. Au. Okay, wir müssen mal kurz. Werfen, ähm, wegen hier. Einer Bogen markiere ich, äh, und dann... Ey, hier hinten ist nervig, ne? Aha, wir haben ja gar keine Dings mehr, ne? So, dann machen wir mal so. Oh, wir sind schon elf. Okay. Okay. Okay, wir werfen mal. Wir haben den Segen. Den nehm ich gleich mal mit. Gift nehm ich auch mal gleich mal mit. Ähm... Ja, nehmen wir auch mal mit, ne? Dann haben wir hier... Das. 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 Die waren noch gut dabei. Da ist sie. Aber wir waren noch dabei, das zu gewinnen. Hä? Ja. Er ist kein... Mühe. Oh nein. Oh Mann, Dicey. So. Und dieser fiese Sonstwas, ne? Der ist genauso blöd wie Nanny Fortuna. Ernsthaft. Ich bin so sauer. Die Punkte folgen uns. Wo ist er denn gelandet? Da hinten. Oh nein. Oh Mann. Wir wissen ja, dass wir viel sterben können. Oh. Er ist noch am Leben. Aber... Oh Mann, unser Hammer, Dicey. Oh. Ja. Oh. Ähm. Den haben wir eben schon gesehen. Und das andere war dann wahrscheinlich der andere. Nein. Bist du nicht ein bisschen jung für einen Schmuggler? Ich könnte dir das gleiche Frage fragen. Let's just say, I'm old enough to be great at it and young enough that nobody suspect me. Ah ja. You see, I've got my bag. Aha. Top of the line, nothing so fine, purely benign. Was ist daran so besonders? Es ist größer, auf der inside. Me und mein Bruder können sich jemanden insinieren. Oh ja. Sorry, ich meine, ich kann. Mein Bruder, Bruno, ich habe ihn verloren. Ich habe ihn zu der High Roller. Uh-huh. Wer ich beteine, du wissen. Wir haben gegenseitig, wir haben verloren und jetzt erhältst du ihn. Und du... Well, you've got yourself a real dice, which means you have a real chance to free Bruno. Na ja. And I'll be real motivated to do you a favor in turn. Hm. Dassi und ich sind gegen ihn angetreten und haben verloren. Because you don't have enough pips. Ah ja. Any fool can see that. Look, the High Roller seems all high and mighty. But he's got a weakness. Okay. Na, wir hätten eine 3. Dann wird er wohl... Entweder eine 4 oder... Da brauchen wir entweder eine 4 oder eine 5, ne? Ja. Naja, wie sehen seine Finger aus? Sollen Finger so aussehen? Ich glaube, Finger sollen nicht so aussehen. Ah, ich will nicht in den... Nein, nein, nein. Können wir das nicht einfach... Kannst du uns nicht einfach so mitnehmen? Ich will nicht in deinen... Was auch immer. Der sieht aus, als wenn er direkt... Der sieht so aus, als wenn er direkt aus Harry Potter wäre. Ja. Und das bedeutet meistens nichts Gutes. Ja, ich weiß. Ne, wenn man bedenkt, was es so alles Schräges in Harry Potter gab. Ähm... Auch so von den bösen Leuten. Oh. Ähm. Das ist was Gutes. Warte. Ich hab da noch eine gesehen. Ja, dann. Außer Münzen. Münzen sind immer was Gutes. Aber ansonsten... Ich vertraue dem nicht. Der ist mir nicht vertrauenswürdig. Hallo! Okay. Ja. Oh. Ja. Das, ähm... Würfelmacherplatz Vargas... Vargas, genau. Wasargas-Zelte und Vier-Stadt-Spießrutenlauf. Ich geh erstmal hier hoch. Okay. Hier gibt's noch mehr Münzen. Ich höre welche. Okay. Von da sind wir gerade gekommen. Hallo! Warum? Okay. Ja, ja. Ich wollte nur hier runter. Oh Gott, ist das hier groß. Ich wusste doch... Ich wusste doch, dass die Stadt mich hier überwältigen wird. Ei, 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 ei. Zu viele, äh... Eindrücke auf einmal. Das klappt nicht. Das wird nicht gut laufen. Ähm. Hallo! Na, ihr beiden? Ähm... Ja. Okay. So, there's this baby. Das Baby. No, you're telling it wrong. It's not just a baby. It's a duck baby. Ein... Duck baby. And a duck baby gets stuck in a hole and gets turned into a spider. And then he dies. Das ist sehr traurig. Äh... Wie eine Inkarnation? Ah. Ah, ja. Bisschen übertrieben, aber, ähm... Ich weine später, okay? Die Zombie... Zombie-Spinnenente. Ich meine, ihr habt gesagt, die, äh... Hat sich... Ja, verwandelt. Die Ente in eine Spine. Ist ganz weird. Warum sind hier so viele Münzen? Ich meine, ich will mich nicht beklagen. Aber... Münzen? So viele? Wie immer. Wir haben doch fast schon... Fast schon alle Karten gekauft. Ich meine, so viele gibt's ja da nicht mehr. Oh, hätte ich in drei halt nicht wieder alle Münzen nochmal mitnehmen sollen? Mitsammeln? Äh, gehen wir gleich. Wir gehen hier erstmal zum... Wir gehen erstmal die Schulden eintreiben. Auch hier in Vorburg gibt es, äh, Vierburg gibt's auch Schulden. Kommt. Vielleicht haben wir auch einfach zu viel mitgenommen. Dass das für Leute ist, die, äh, nicht sich nicht so umgucken, sondern nur durchrushen. Dass die trotzdem alle Karten bekommen. Oder es wird irgendwann mal gefixt und, äh, ja. Es gibt... Oder es gibt irgendwann mehr Karten. Äh... Ich glaub, wir reden von der Dame, die nicht spielen will, ne? Hier. Äh, lass dich nicht stören. Ich will nur nach Hause. Äh... Äh... Ich hab sie gerade getroffen. Was? Okay, dann ist es vielleicht doch nicht die gleiche. Ähm... Jetzt hat sie also Zeit, um nicht mehr zu spekulieren. Ähm... Naja. Man kann so vieles machen, außer spekulieren. Man muss nicht spekulieren. Mach ich nie. Ich lass die Zukunft einfach auf mich zukommen. Okay. Naja, wenn wir bezahlt werden. Oh. Ich seh da was. Ich seh da was. Äh, sorry. Ja, ja. Ihr könnt ihr mich mal kurz... Ich kann nichts versprechen. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Echt deprimierend. Ähm, ich... ...werd noch mal kurz schulden. Hier. Einmal kurz einsammeln. Okay. Was ist da oben? Ach. Okay. Gut. Ich... ...bin so verwöhnt davon, dass da gelbe Dinger... Was heißt, dass da was ist? Das ist... Das einfach... Ja. Gut. Sie ist da. Hups. Dann gehen wir noch mal kurz hier runter. Du kannst eigentlich die ganze Zeit auf meinem Rücken bleiben, ne? Ich trag dich. Ah gut, er muss sich festhalten, aber... Ist ja nicht so schwer. So. Hier ist sie, ne? Ja. Ah, ja. Äh, du musst die Freundin von diesen Spekulierern sein. Sie sprachen zu dir. Natürlich haben sie das. Alles, was sie wollen, ist spekulieren mit ihnen. Warum machen wir das? Was versuchen wir zu tun? Na ja. Wir können nicht alle sitzen und Spaß haben, ohne Dinge zu tun? Eigentlich schon. Ich weiß nicht. Vielleicht sollte ich sie zurück zu ihnen gehen. Eigentlich würde ich ja sagen, nein. Ich weiß nicht, was ich mit meinem Leben tun würde. Aber ich frage mich. Was mache ich, Junge? Geh zurück zu spekulieren, um die Spiele zu fit in. Oder gib es auf und riskieren. Da ist sie an der Arme. Na gut, einsam ist halt auch, ne? Hier, ist das Leben nicht selbst, nicht ne Spekulation? Irgendwie schon. Ja. Ja. Okay. Ach man, der arme Dicey. Okay, wir müssen dann doch eh noch mal hin, zu den Freunden. Dann machen wir das mal. Die waren doch da vorne. Äh, hier da. Gehen wir einmal hier rum. Ach, der hätten wir auch drüber... Ah, okay. Der hätten wir auch runtergekonnt. So. Ich habe mit dem mal geredet. Naja, sie kommt zurück. Ja, sie... Das will sie unbedingt. Hier. Ach man, der arme Dicey. Ah, jetzt sehe ich das erst. Felix Lakritzen Ferdiland. Ah ja. Okay. Naja. Muss ja nicht sein, ne? Aber gut. Ah, super, Alexi. Das können wir immer gut gebrauchen. Da unten ist auch noch was. Verdammt. Ich muss einmal runter. Oh. Wieso überall so viele Münzen? Ich verstehe das gerade nicht. Werden die Karten teurer? Ist mir bis jetzt noch nicht aufgefallen. Hey, willkommen. Make yourself at home. Ihr. Komm. Wo kommst denn du her? Riki vom Pingel? Wo kommst denn du her? Wenn man mal fragen darf. So. Hallo. You want some food though? I go. You want some food? Aha. Make yourself comfortable. Only rule here is the other guy. Harrison Ford. Harrison Ford. Cool. Grand Metier. Okay. Jetzt wohl ein bisschen zwielichtig. Fritzikopf über. Tutan? Tutan? Wegen Upside Downtown? Egal. Hallo. Oh, there's stranger. Hi. I've played enough times in my time, to see that you can use a friend. Yo. Ähm. Ich weiß nicht mehr, was ich will. Now that's the first step, friend. James Hawk. Und was ist der zweite? Okay. There was a time, I wanted to get back home. Okay. Back when I traveled, the six wards, singing for my supper, and every night as I took in the applause. Whether it was there or not, I think, this is it. It's time for me to go back home. And every morning I'd get up and go somewhere new. And stuff the whole thing all over again. Aha. But now, of course, I figured, I didn't actually want to go back home. Was dann? Now really anyway, didn't know what real long it was, till I came here. Aha. Äh. Und was ist besonders an Vierberg? Vorberg? Not a blessed thing. But when the foreman came here, he took over right quick. No one could roll a higher number than him. Except for her majesty, of course. Klar. I refuse to play for him. And he smashed my fingers up real nice, so I couldn't play for anyone. Oh nein. Ja, that's no bother. I still remember my songs. They're all right here. You see? In my heart. Das mit den Händen tut mir leid. Well, silver lightnings, friend. Now, I can live my days without expectation. Okay. Ain't nobody expected nothing from a man on the street with busted hands. Did you know the foreman's relative of 94 tuna? Ah, das hab ich mir schon gedacht. Ah, ja. Ich kenne sie. Sie ist ein Monster. Ja, das glaub ich auch. Mhm. Ups. Ja. Leider. Ja, das war der Viermann. Hm. Naja, macht nicht unbedingt glücklich, ne? Tja. Mhm. Das kann so sein. Hm. Sag ich doch, macht es nicht alle. Ich wünsch dir, wir werden alle so synchronisiert wie er. Müssen doch nicht mal unterschiedliche Stimmen haben. Ähm. Ich frag mal nicht, wo er weiß, wie wir heißen, sondern danke, dass du so freundlich bist, ohne eine Gegenleistung zu wollen. Aw. Und dann geh, mach, was du tun musst. Mhm. Oh, es war ein tolles Moment von Freundschaft und Kindheit. Das sehe ich genauso. In der Stadt, die ihr nicht viel gezeigt hat. Ich war sogar dankbar für das. Ja. Das sehe ich genauso. Ich hab da übrigens unseren neuen Freund gerade gesehen. Wir sind von hier gekommen. Meisterziehung. Okay. Das ist super. Ähm. Genau. Ah, okay. Von hier sind wir gekommen. Hier durch und dann hier. Und dann müssen wir uns, äh, umgucken, ne? Mal schauen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Ähm. Wo sind wir das letzte Mal langgegangen? Weiß ich gar nicht mehr. Hm. Ich glaub, hier sind wir das letzte Mal langgegangen, ne? Oder? Hm. Ist halt sehr verwirrend. Ja, hier sind wir das letzte Mal langgegangen. Entschuldigung. Entschuldigung. So. Von hier sind wir gerade gekommen. Also gehen wir mal hier lang. Ähm. Nein, es ist ne Sackgasse. Super. Dann gehen wir mal zurück hier auf den Platz. Verlorene Seelengasse. Wow. Das, das klingt sehr aufbauend. Hier war man noch nicht. Ähm. Und hier ist auch direkt ne Seite. Und ganz viele Münzen. Ganz viele Münzen. Wo sind denn die anderen? Gibt's bestimmt mehr. Mehr als einer. Okay. Ja, moin. Oh. Vier Stück. Okay, das müssen wir gleich nochmal machen. Ja. 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 Ja, nehm mal kurz hier. Wir können das gleich ja nochmal machen. So, da sind die beiden. Vier Stück also. Hm. Wo sind die anderen? Ich sehe nur Münzen. Ich meine, es sollte bestimmt in der Nähe sein. Oh. Noch mehr Münzen. Ein paar Schulden eintreiben. Gibt's hier anscheinend viel. Hm. Ich gehe nochmal runter. Ja. Ja. Oder hier lang. Oder nicht hier lang. Komme ich nicht hier hoch? Schade. Schade. Hier ist er. Hier ist noch einer. Ähm. Hier. Da ist noch einer. Oh. Entschuldigung. Ich habe schon weggezogen. Deswegen hat er sie nicht getroffen. Hier ist noch eins. Moment. Oh. Okay, ja. Ich weiß, wie du siehst. Ja. Jaha. Wir haben es geschafft. Ich hatte schon Panik. Aber es war genug Zeit. Yes. Und die gucken wir uns auch gleich an. Das müsste jetzt die sechste sein. Ja. Ah. Die Königin mit ihrer Armee und Würfeln. Und da ist, ähm, die Kröte. Und jetzt, wo mir das so, äh, wo ich sie mir angucke. Das ist Uma, ne? Das ist Uma. Hier, warte. Da war sie ja auch auf der zweiten Seite. Hier. Die freundliche Uma mit der Umarmung. Ja, okay. Machen wir. Ah. Eine neue Königin. Vielleicht. Okay. Ich habe eine neue Theorie. Die Frau Dice, die forever destroyed. Using the power of her dark, six-sided companion. Vielleicht ist sie doch nicht mit dem Verwand. Sie attackt any of her citizens. Foolish. Nö. Und thus began. Und dann, die No-Dice-Word. Hier gibt es bestimmt viele, äh, royale Familien. Okay. Deswegen, die müssen, die müssen doch nicht mit den Drillingen verwandt sein. Äh, ja. Die Märchenseite haben wir. Das ist super. Ich rede mal vorne mit dem Typen. Hallo. Ähm, ja. Perfekt, perfekt. Ich collect those stories, you know. Okay. Kind of a premier ghost story collector around here. Kind of the only one to. So, tell me the story of this ghost. Äh, meine Schwester. Ich glaube, ich habe sie gesehen. Oder ihren Geist. Aber sie lebt. Eine seltsame Gestalt. Sie hat mich auf einer Reise geführt. Aber ich habe sie länger nicht gesehen. Chilling. Oh, what happened to the ghost? Why did it disappear? Who was it? Who am I? What are we all even doing here? Okay. I love it. Boy, listen. You come across any other spooky stories you let me know. Why if I had three new stories, I'd have enough material for a new ghost tour. Ob wir eben die von den Kindern erzählen sollten? Ha, ancient spirits that come out of your head to fight in battles? Right. Not bad little fella, but come on. I want real ghost stories. Not fantasies. Oh, I can pay you too. I'll pay a child for ghost stories. Don't even act like I won't. Okay. Okay, ja, ich weiß, was er will. Heard any good ghost stories lately? Eventuell. Ich habe von zwei Kindern gehört. Go on. Children are both more likely to see a ghost and more likely to be completely terrified by the end. Und, naja. Äh. Es geht um ein Baby. Oh, I, uh, hm. Oh, I see. And? Sie blieb in einem Loch stecken und schrie. Did they, um, you know, die Mine sterben und become a Ghost? Äh, das ist Interpretationssache. Ja. Ja, ja, alles klar. Ahh, das war alles. Klar, klar. Mache ich, mache ich. Noch eine Nebenquest. Aber wir sind ja auch gerade erst angekommen, ne? Ahh, und wir haben Münzen bekommen für Manydecks. Dann gehen wir sie auch erst mal eintauschen. Okay. Hi, Many. Ich will nur, dass mein Leben nicht noch schlimmer wird. Woah. Ah, er kommt aus Warburg. Ah. Ah. Okay. Das sind mir zu viele Harry Potter, äh, Hinweise, ne? Ich meine, wer weiß, du weißt schon wer und der Sack, ne? Äh, ich weiß noch, dass Tamina auch so ne Tasche hatte. Naja. Ja. Ja. Ähm, Glück. Und? Ah, ja, 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 gut. Das ist natürlich was anderes. Gut. Karten in den Händen beim Handeln. Haha, you took the words right out of me, Captain. Ja. Gut. Wir haben wieder 735. Ja, wir haben ja auch ganz viele hier gesammelt. Ähm. Hm. Welche hole ich mir denn? Also, wir müssen ja definitiv Karten holen. So oder so. Nehmen wir die hier mit. Die nehmen wir auch noch mit. Nehmen wir noch den Dings mit. Dann holen wir noch mal Risiko. So. Ja, gut. Ne. Würfelkrieg-Kanone. Eine alte Kanone, aus dem keine Würfelkrieg, kommt ins Spiel und verschießt explosive Geschosse. Okay. Okay. Und das andere kennen wir ja schon, ne? D8 des Thorns und die Dreifachbombe. Also nichts mehr wirklich mit dabei. So. Aber, ich hätte jetzt gern mal wieder jemanden, der uns hilft, Dicey zu reparieren. Hier ist wieder der Typ. Also von hier sind wir vorhin gekommen. Mhm. Da ist unser Freund Seymour! Hallo Seymour! E-er! Ja. Jäu! E-er! 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 I don't know what I'm doing anymore, Seymour. I'm starting to think I don't even know who Odd is. Maybe I never did. Maybe it was a mistake to look up to her, to anyone. We all just... We all disappoint other people, don't we? And here I am disappointing you. Aww. Das ist voll traurig. So, you want to go home. Let's start there. Are you certain about this? Nein, und ich bin aber mir sicher, dass wir den Part beenden, glaube ich. Ja, ist mal wieder eine gute Zeit. Wir sehen uns dann hoffentlich auch in dem nächsten Part wieder. Bis dann.